Wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Das werdet ihr jetzt in ein paar Sekunden erfahren. Ich habe so einen coolen Cakepop und zwar ist der aus Gold und da drinnen ist die Farbe des Geschlechts. Und ich werde da jetzt reinbeißen und ihr könnt so gespannt sein. Ich bin es irgendwie gerade selber, obwohl ich es schon weiß. Ich habe einmal reingebissen und dann habe ich noch mal reingebissen. Könnt ihr es schon an meinem Mund sehen? Ja, es wird ein Junge.